Willkommen zurück meine Lieben bei den XCOM Files. Wir sind in einer Mission, es ist ein kleines UFO. Wir haben leider nur die Sky Raider Truppe dabei, aber ich habe mir gedacht, okay, wir gucken es uns mal an. Je nachdem was es für Gegner sind, dann werden wir sofort wieder gehen. Also wenn wir Sektoiden haben, würde ich sagen, probieren wir es. Schlangenmenschen wahrscheinlich auch, Treiber auch. Aber wenn es irgendwie Mutone sind oder Glotzer oder so irgendwas, dann würde ich sagen, nichts wie weg. Ich will nicht zu, wobei es sind nur Rookies im Endeffekt. Aber ich will eigentlich nicht zu weit weg gehen. Okay, wir, das sind Glotzer. Das heißt, wir verziehen uns wieder. Gut. Hätten wir das geklärt. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei den... Bei diesen Missionen. Man weiß nicht so wirklich genau, was einem erwartet. Hier oben haben sie eine neue Base gebaut. Ich vermute mal, dass Kanada damit das Funding einstellen wird. Alles andere würde mich sehr überraschen. Schon wieder hier. Ich meine, wir können es uns anschauen. Ich vermute mal, es sind wieder Glotzer. Vorausgesetzt, es ist Tag. Nachmissionen machen wir auf jeden Fall nicht. Okay, ich glaube, die Ausrüstung ist soweit noch okay. Es ist nicht sonderlich eine gute Truppe dabei. Aber was soll's. Was sehen wir? Es sind Sektoide. Das heißt, es gibt eine Chance. Hier gibt's tatsächlich eine Chance. Wir müssen's probieren. Wir brauchen die Legierung. Das ist jetzt auch nicht das größte UFO. Und es ist relativ nahe. Okay. Hier hinten steht wohl noch einer. Wie viele Wunden hast du? Eine. Das geht eigentlich noch. Ich geh mal hierher. Mal gucken, ob wir den Kollegen noch... ...verbandagieren können. Wollen nicht zu risky sein. Keine Schusslinie. Okay. Du hast auch eine Wunde davon gekriegt. Das ist in Ordnung. Ach, damit. Ich hab die Smoke nicht geprimed. Naja, was soll's. Ist... Ist egal. Eins, zwei... Ach so, das war der hier noch. Das Problem ist auch... Das ist vorher so ein bisschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der anfängt zu brennen. Äh... Aber... Wir ficken unsere Leute da hinten hin. Dann... Du... Du... Tötest den. Jetzt ist die Frage. Wollen wir aussteigen oder nicht? Du wirst auf jeden Fall hier nochmal zu denen mit dazugehen. Ich werd einen auf jeden Fall im UFO lassen. Äh, im UFO. Im... Skyraider lassen. Denn ich will... Ja, fantastisch. Ich brauchst du 35. Ich will den Skyraider nicht verlieren. Auf keinen Fall. Wir haben zwei Tote. Zwei sind noch außerhalb. Und dann sind sie hier noch zwei, drei drin. Könnte schlimmer sein bisher. Okay, eins... Ha. Okay. Ach, der mit. Du kommst da nicht mehr weg. Das war schlecht. Müssen wegen dem Feuer ein bisschen aufpassen. Und unsere Energie ist auch nicht mehr die höchste. Du gehst noch ein bisschen weiter nach vorne. Wir haben ein bisschen Deckung. Die zwei sind am exponiertesten. Mit dir kann ich wahrscheinlich nicht wirklich was tun. Ich weiß nicht, ob ich rausgehen möchte. Wahrscheinlich eher nicht. Warte mal. Hä? Okay, du kannst doch... Dich umdrehen. Ich weiß nicht, warum das ging. Einer weniger. Okay. Sie machen... Nicht wirklich was Schlimmes gerade. Kannst du wieder zurück? Kannst du. Einer weniger. Einer weniger. Oh. Hi. Gut. Du bist kein Rookie mehr. Ich weiß nicht, wie weit nach vorne wir gehen sollen. Mach das mal so. Du siehst den noch. Okay, wir sollten ihn nicht zu sehr verärgern. Wobei, jetzt hat er wahrscheinlich seine Zeiteinheiten so oder so schon aufgebraucht. Das war eine Katastrophe. Das war eine Katastrophe. Aber ist in Ordnung. Nee. Machen wir nochmal einen Snap. Okay, das ist gefährlich. Hier hinten war irgendwo, glaube ich, noch einer. Wenn es mir recht ist. Müsst ein bisschen aufpassen. Ich will auch gucken, dass wir zumindest ein bisschen was an Energie aufbewahren. Wie du siehst nichts. Du hast aber noch genügend Energie. Ja, das Feuer brennt überall. Denk ich, schick dich mal hier hin. Mit Sicherheit noch, also einer im Ufo. Der andere wissen wir nicht. Okay, da haben wir den. Probiert mal. Keine Schlusslinie. 14%. Wow, war sogar ein Treffer. Wer hätte das gedacht? Du ziehst dich wieder zurück. Und Du probierst das Ufo zu stürmen. Okay, da ist keiner. Setz die Frage, ob er uns sieht. Nein, er sieht uns nicht. Hier, wir sehen ihn. Damit. Ah, verklickt. Ich hasse es, wenn das passiert. Ah, das darf nicht wahr sein, ey. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass noch einer im Ufo ist. Das hat ihn nicht beeindruckt. Wirklich nicht. Ich glaube, das ist der letzte. Ich glaube, das ist der letzte. Okay. Das sind gerade mal irgendwie drei Anzüge. Und ein Toter. Aber Gesamt dafür, die sagen, ist das durchaus okay. Okay. Äh, transferiere. Die Legierung brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, brauchen wir die toten Sektoiden? Schmeiß das alles weg. Natürlich, Lagerkapazität überschritten. Wie könnte es auch anders sein? Dann schmeiß noch das Elerium weg. Okay, das passt. Und RIP John Klaassen. Wer hat uns gute Dienstleistungen? Ach, dammit. Ich hasse es. Ich hasse es. Wir müssen wir müssen ein neues Lager oder sowas bauen. Das ist keine kein Zustand hier so. Lasergewehre. Das möchte ich eigentlich alles behalten. Schmeiß das Nights-Zeug da weg. Weil die braucht auch kein Mensch. So, kriegen wir jetzt die Weste. Dankeschön. Okay. Und ein Hauptlager. Die Dinger sind sowieso nicht so teuer. Wieder ein kleines. Okay, diesmal es geht wieder nach Nordamerika. Hört auf da mit dem Scheiß. Ah, das ist nervig. Bleibt doch in Europa mal. Okay. Osprey. Dammit. Ballistische Weste. Tja. Ah, wir haben wieder ein paar Punkte gekriegt. Wie gesagt, ich denke, Kanada wird das Funding jetzt streichen, weil eine Base gebaut wurde. Es dürfte nicht so schlimm sein. Wir sind punktetechnisch über 1000 momentan. Es ist Ende des Monats. Antike Außerirdische. Wir wissen, dass die Außerirdischen uns seit Jahrzehnten beobachten, aber anscheinend steckt noch mehr dahinter. Es gibt starke Indizien für außerirdische Eingriffe während des Altertums. Viele Mythen mögen auf solch geheimnisvolle Ereignisse beruhen. Vor allem jene über Monster, magische Gegenstände und verbotenes Wissen. Darüber hinaus scheint es, dass bestimmte Geheimbünde so alt sind wie die Gegenwart der Außerirdischen auf der Erde. Ob sie nun von den Außerirdischen inspiriert oder als Gegenwehr gegründet wurden, diese Organisationen gehören zu den mächtigsten der Welt. Schauen und schauen mit Verachtung auf uns mit ihren kaum noch menschlichen Augen. Okay, ich glaube, das war größtenteils nur Lore. Mach mal das. Und die Rattenzucht. Wir haben nun alle Daten, um unser Rattenzuchtprogramm zu beginnen. Wir können so viele halten, wie unser Tiergehege erlauben. Sie sind nicht super süß, Kommandant. Ah, okay. Dann nehmen wir fünf hier wieder weg. Und wir schmeißen noch fünf in den Totenschweber. Es muss auch produziert werden. Ich hätte gehofft, dass wir das kaufen können, aber es muss alles produziert werden aktuell. Und ein weiterer Kult-Außenposten. Schwarzer Lotus nehme ich an. In der Tat. Ich denke, ich mache den Offscreen. Und dann sehen wir uns... Ich denke, wir machen erst jetzt kurz vorher... Oh, da ist noch ein kleines am Boden. Okay, lasst uns mal gucken, ob wir rechtzeitig da hinkommen. Vielleicht klappt das ja. Ich glaube es nicht. Aber vielleicht klappt das ja. Persönliche Rüstung. Warum haben wir die Lagerkapazität überschritten? Ah, ich... Man kommt auch nicht raus. Schmeißt Blutplasma weg. Braucht eh kein Mensch. Wir gucken mal, ob wir rechtzeitig da hinkommen. Tun wir. Okay, dann können wir eine Mission zusammen machen. Dann rüste ich die Leute aus. Bis gleich. Okay, es kommt ein bisschen drauf an, was wir jetzt für Außerirdische haben. Es kann sein, dass wir direkt wieder evakuieren müssen. Wenn es Mutone zum Beispiel sind oder Glotzer. Ich glaube nicht, dass... Das Problem ist, die Waffen, die wir haben, sind nicht sonderlich effektiv gegen die. Und in der Regel kommen wir nicht nah genug ran. Aber wir gucken mal, was wir... Ob wir sehen, mit was wir es zu tun haben. Wir sehen es. Okay, es sind Sektuide. Er reagiert nicht mal. Uh, okay. Das ist, glaube ich, ein leichter Scout. Das ist, glaube ich, ein leichter Scout. Wie weit kommst du? Okay, gut. Shotgun ist schon mal in Position. Eins. Zwei. Äh. Die... Persönlichen Rüstungen, die wir haben, sind eigentlich ganz gut gegen Plasma. Von dem her würde ich behaupten, wir sollten das... Einigermaßen überstehen. Wenn wir... Wenn wir... Einen Schuss abkriegen sollten. War kein Treffer. Aber wir werden sehen. Vielleicht ist das auch... Wunschdenken meinerseits. Okay, du bist auch nochmal ein Sniper. Da kommst du irgendwo hin. Du kannst eins nach vorne gehen. Dang it. Das trifft keiner. Okay, dann... Okay, dann... Das Breach-Team. Du siehst auch den, okay. Er wird wahrscheinlich einen von uns treffen. Und wir müssen sehen, wer das dann sein wird. Okay. Gar nicht schlecht. Ach, jetzt sieht er uns. Ein bisschen merkwürdig. Ohne ist es angeschossen. Gucken wir mal, was passiert. Oh. Mind Control. Ah, du hast ein X. Und... Dein Mut ist auch eher schlecht. Ah, das ist suboptimal. Okay. Komischerweise hat der nicht mal geschossen vorher. Tschüss. Du hast auch ein X. Dummerweise. Wir sollten gucken, dass wir die hier mitnehmen. Die Psi-Fähigkeiten haben. Wer zur Hölle hat die Bewegungsscanner? Sagen wir jetzt nicht, ich hab... Okay, du hast einen Bewegungsscanner. Gut. Der Rest schwärmt noch ein bisschen aus. Es könnte irgendwo noch weitere Gegner haben. Das ist leider auch ein X. Bei dieser Art von Raumschiff sind in der Regel viele im Raumschiff drin. Also, wir dürfen jetzt nicht überrascht sein, wenn hier... tatsächlich die meisten... im Raumschiff drin hocken. Okay, du bist gepanickt. Ich weiß nicht... Hat man das... Haben wir das nicht in der Regel gehabt, dass sie Line of Sight brauchen? Warum sehen wir den nicht? Warum sehen wir den nicht? Okay, du bist gepanickt. Da sehen wir nichts. Aha. Ach, vielleicht war der das. Oh. Ein bisschen aufpassen. Äh, du... Deine Waffe ist hier nicht. Das wird höchstens Selbstmord werden. Und du bist der mit dem... Nein, du bist nicht der mit dem Bewegungsscanner. Du bist das. Okay, das heißt... Ihr könnt hier nach vorne kommen. Ich vermute, hier ist keiner. Es war der hier. Sah einfach nur ähnlich aus. Dann... Äh, du gesellst dich... Hier hinten hin. Bewusstlos? What? One-Shot? Mit... Persönliche Rüstung? Ah, das darf nicht sein. Keine Schusslinie. Am Arsch. Am Arsch. Anatoli. Das muss Pech gewesen sein. Eigentlich dürfen die mit Plasma hier keinen One-Shot hinkriegen. Der Eingang ist hier. Au. Okay, wir sind ein bisschen zu weit vorgeprescht. Was soll's? Ja, du hast fast keine Moral mehr. Dummerweise. Okay, hier sehen wir auch niemanden mehr. Ähm. Wir bringen euch hier rüber. Das war leider ein guter Soldat, den wir verloren haben. Da war's für eine Munitionsverschwendung auch. Okay. Zumindest haben wir Vision. Funktion. Wir sehen nichts. Du hast den Motionscanner. Denke mal... Nächste Runde können wir da rein. So, ihr kommt ein bisschen von dem weg, der die ganze Zeit am Paniken ist. Und du kannst hier, glaube ich, eine andere Waffe holen. Ich denke, ich denke, es sind noch drei, vier drin. Okay. Gut. Weg mit der Waffe. Motionscanner. Wir sehen einen bei drei, sieben. Auf beiden Seiten bei drei, sieben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben. Hier in der Mitte. Ich glaube, das ist der mittlere Raum. Wir gucken mal. Hier wird doch nicht einer sein. Ja, das passt. So, gucken wir noch mal. Also, es sind mindestens drei. Einer ist bei eins, sieben. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, der ist da drin. Ich denke, wir schicken all unsere Leute auf die gleiche Seite. Dann. Gucken wir mal, ob wir hier noch eine Waffe finden. Ich denke, die Black Ops Sturmgewehre sind nicht so verkehrt. in dieser Situation. Gucken wir mal, was passiert. Mehr mal in Control. Das ist in Ordnung. Okay. Zwei nördlich bei sechs, drei und sechs, vier ist einer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei. Okay, das sind direkt zwei Stück. Okay, gut. Weniger gut. Zwei weniger. Du guckst einfach in diese Richtung. Okay. Wir haben noch zwei. Bei zwei fünf und vier sieben. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, der ist relativ nah. Das war ja sehr glorreich. Okay, jetzt steht der da. Gucken wir mal. Einer ist noch bei zwei, fünf. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Da ist einer. Das Problem ist, der guckt in unsere Richtung. Das ist eher ein bisschen ungeil. Wie viel brauchst du? Elf. Moment. Du brennst glücklicherweise nicht. Wie sind deine Reactions? Okay. Ich glaube, ihr habt keine Zeit. Dann halten mehr. Wo ist er? Bei vier, sieben. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier in der Mitte ist er. Wie viel brauchst du? 40. Ah, das ist viel. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das passiert. Huh. Yes. 38 Außerirdische Legierungen. Leider ein Toter. Und das war... Ein Captain, glaube ich. Ein Hauptmann. Äh, nur... Wir haben acht Leichen geborgen. Okay. Gut. Und wir sind wieder heillos beschädigte persönliche Rüstung. Okay, das müssen wir reparieren. Das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich anfangen soll, hier Zeug zu verkaufen. Wir brauchen wahrscheinlich nicht so viele Sektoide. Ah, Lagerkapazität überschritten. Tja. Beschädigte Zombie-Parasiten. Das Ding brauchen wir wahrscheinlich auch nicht so viele. Ja. Viele Sektoide. Riesenkäfer. Das Zeug behalte ich erstmal. Kobras. Die Munitionskisten müssen wir öffnen. Okay, wir haben wieder 98 Außerirdische Legierungen. Damit können wir ein bisschen was machen. Also, so viele Navigation brauchen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt. Personenschutz, Lizenz, Hausschlüssel, Führerscheine. Okay, wisst ihr was? Ich mache das offscreen. Ich denke, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Und sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Ich bin an mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und was geht. Bis zum nächsten Mal.